Ah, wir haben echt ein schönes Haus, muss ich sagen. Ach so! Ich gehe mal davon aus, dass keine richtig kranken Jumpscares im Spiel sein werden. So Klischee-Jumpscares. Aber alles, was gekommen wird, wird mich richtig gut erwischen. Noch ein Jumpscare? What the fuck war das? Don't go back. Okay, schauen wir uns mal unser Meisterwerk an. Schauen wir uns mal so. Da ist doch gar nichts. Da ist gerade Brüster. Hatte dir keinen Oberteil? Ich will es gar nicht wissen. Ich bin von dem Bild nah. Okay, es geht darum, dass das Bild unglaublich creepy ist. Und ich gehe mal davon aus, dass wir das gemalt haben. Respekt, ich merke schon. Ah! Lass mich raus. Oh mein... Geh! Ah! What the fuck? Ist da jemand? Ich gehe einfach dahin. Ich bin so dumm geworden. Ich renne einfach in jeden Jumpscare rein. Ich habe keinen Respekt mehr vor diesem Spiel. Ich möchte einfach sterben. Yes, give up like always. Okay. Hi! Oh! Oh mein... Jungs! Ich habe Angst. Ich habe sehr Angst. Oh mein Gott! Ich habe Angst. Hör, 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 hör. What the fuck? Hier passiert noch was. Lass mich raus. 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 Ah! Es wird gesagt, man soll nicht in den Raum mit ihr gehen. Aber wenn wir in Horror-Tranäen sind... Fuck it. Fuck it! Oh mein Gott, Leute, ich... Warum? Oh... Ich weiß, warum ich das Spiel nicht weiterspielen wollte. Das ist dumm. Das ist so dumm. Ah! Oh mein Gott. Talking behind our backs. Oh! Mehr Horror. Ich freue mich. Anstatt dem wir einfach jetzt mal ein paar Sekunden geben, würde ich mich entspannen. Oh, fuck you. Guck mal, ich bin jetzt in 10 Sekunden drin. Ich habe jetzt schon wieder Angst. Fucking hell! Ah! Ihr, gleich passiert... Oh. Ich hätte einfach mal... Ich hätte einfach wollen müssen. Na, komm! Bring it... Ah! Okay! Nein, bring it nicht on! Na Gott, ich bin ready! Fickt mich doch um! Ich habe keine Angst vor euch! Ja, ich habe doch Angst vor euch. Ich glaube, Geld ist niemals das Problem hier. Das Problem ist eher... Du. Du bist eher das Problem. Kann ich verstehen. Schlimm. Das war ein wunderschöner Anmachspruch. Das war wundervoll. Wirklich. Respekt. Nailed it. Bin gar nicht sicher, was wir jetzt machen müssen. Ich schätze, wir müssen es irgendwie malen, oder? Ich will einen Penis malen. Ah, die Küche! Thank God! Hier finde ich es schön. Hier bleibe ich. Na! Ah! Ja, verbrenne! Danke! Ah! Ah! Mann! Why? Ich will das nicht so machen? Ah! Ah! Fucking hell, Alter. na gut stand das eigentlich eben schon da tschön